Hallo ihr Lieben, ich nehme hoffentlich gerade auf, ich kann überhaupt nichts sehen. Es ist super sonnig, wir sind endlich in Florida angekommen. Ich glaube, das hier ist schon der nächste Vlog, ich bin mir nicht sicher, ob ich da schneide. Ich werde mich heute Abend mal im Hotel ans Schneiden machen und gucken, ob der erste Vlog schon genug Material zusammengekommen ist. Heute ist nämlich übrigens Freitag, ich habe nämlich erstmal, also der 31. März. Ich habe erstmal nämlich nicht mehr gefilmt gehabt, weil wir machen ja so ein Roadtrip, sage ich mal, und da ist man auch manchmal Tage einfach nur unterwegs. Und daher habe ich da nicht gefilmt. Jetzt sind wir allerdings, wie gesagt, in Florida. Es ist super, super warm. Ich weiß gar nicht genau, wie warm, aber ist es warm. Wie man sieht, ich habe endlich mal was Bauchfreies an und kurze Hose. Jetzt geht es nach Jacksonville rein, wir haben so ein bisschen vor Jacksonville ein Hotel jetzt gefunden. Und jetzt geht es nach Jacksonville und da gucken wir uns ein bisschen was an. Und ehrlich gesagt, ich weiß ich gerade gar nicht genau, was wir uns da angucken wollen. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall heute ein bisschen wieder mit. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall. Wir sind hier gerade in dem Park, und zwar am Meer. Und ich weiß gar nicht, ob ihr mich gehört habt, weil es ist ein bisschen windig und die Wellen sind natürlich auch ein bisschen laut. Und das Wasser ist ein bisschen, also es geht eigentlich, so kalt ist es eigentlich gar nicht. Aber, ja. Ich habe mich auch reingetraut, meine Mutter steht noch mit den Füßen drin. Die sind keines Weichei, aber gut. Es ist auf jeden Fall richtig geil hier. Ich habe mich auch reingetraut. Ich habe mich auch reingetraut. Ich habe mich auch reingetraut. Hallo. Heute ist Samstag, ein Tag für Wrestlemania. Und ich wollte natürlich schon mal wissen, wo das Ganze ist. Wir sind jetzt halt in Orlando und wir sind jetzt gerade zum Stadion gefahren. Schon mal kurz angucken. Ich bin auch hier schon extra Erkennungszeichen. Falls, weil ich denke mal, es werden heute schon einige mit Wrestling T-Shirts rumrennen, habe ich mal eins von ganz früher noch angezogen. Und ich zeige es euch mal. Ich schwenke euch mal rüber. Dort wird es morgen stattfinden. Ich sehe gerade überhaupt nicht, ob ihr was sehen könnt, weil ich habe erst eine Sonnebrille auf und es blendet ziemlich. Aber, ja, da wird es morgen sein. Ist halt ein bisschen doof, dass es offen ist, weil es hier übelst heiß ist. Ich brauche auf jeden Fall morgen eine Cap, muss ich mitnehmen, damit ich mir keinen Sonnenstich hole. Und Sonnencreme ist auch ganz wichtig, weil vor zwei Jahren war es genauso. Und da hatte ich erst mal den übelsten Sonnenbrand. Von daher, ja, nehme ich auf jeden Fall Sonnencreme und alles mit. Und jetzt gucke ich mal ein bisschen, gehe da mal so ein bisschen rum, schon mal schauen, was da abgeht. Hallo, heute ist der große Tag. Heute ist Wrestlemania. Allerdings ist es jetzt zwölf Uhr gleich und wir wollen erst mal was essen, weil ich kann da ja schlecht was essen, weil es sich vor zwei Jahren bei Wrestlemania war. Hat ein Cookie sechs Dollar gekostet und dementsprechend möchte ich da nichts essen. Und, ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade noch schnell tanken und wir machen uns jetzt auf den Weg zur Four Rivers. Und das hatte ich euch ja, glaube ich, von erzählt, dass dort, das wurde uns empfohlen, sagen wir es mal so. Und dahin machen wir uns jetzt auf den Weg, da am Tanken. Und ich nehme euch natürlich mit, ich werde euch berichten. Immer diese Sirenen, ne, das geht mir voll auf den Sack. Ähm, ja, noch lauter. Auf jeden Fall nehme ich euch gleich mit und sage euch, wie das da wirklich ist. Falls ihr auch mal nach Amerika fahrt, dass ich euch vielleicht was empfehlen kann. So, es hat sehr gut geschmeckt. Das war jetzt allerdings nicht der Four Rivers, der uns empfohlen wurde. Weil der hat sonntags zu. Ich habe voll vergessen, dass es heute Sonntag ist. Ähm, es war jetzt, oh Gott, wie hieß das denn? Irgendwas mit Bones, Smoky Bones meine ich. Und das war echt lecker. Jetzt bin ich so voll. Also ich habe richtig viel gegessen. Weil, ähm, ja, weil ich ja nichts mehr bei Wrestlemania esse. Und gesagt, ich habe ja sechs Dollar für ein Cookie bezahlt. Das meine ich normal. Ähm, ja, jetzt ist, äh, Halb eins, nee, stopp, halb zwei, halb zwei. Um, äh, drei Uhr dreißig öffnen die Gates. Das heißt, um drei Uhr dreißig, drei Uhr dreißig, so. Kann man dann reingehen. Und, äh, fünf Uhr dreißig fängt das Ganze an. Ich werde noch nicht so früh da sein, weil es ist halt mega heiß. Und ich war, das haben wir die letzten zwei Male gemacht, dass wir mega früh da waren. Ich mit meinem Bruder, jetzt bin ich alleine da. Und, ähm, das war so heiß. Und es ist einfach unnötig. Warum soll ich so früh da anstehen und so? Ähm, ich werde, denke ich mal, eine Stunde, bevor es losgeht, hingehen. Das heißt, um halb fünf, dass ich so um halb fünf dann da bin. Dann kann ich gemütlich rein, mir einen Platz suchen. Und dann fängt es auch schon fast an. Ähm, ja. Freue mich schon. Das heißt, jetzt geht es also, was habe ich gesagt? Halb zwei haben wir es. Dann muss ich jetzt nach Hause. Zieh mich natürlich um, weil ich zieh natürlich ein Seth Rollins T-Shirt an, ganz klar. Und, ähm, ja, schminken wollte ich mich noch. Sonnencreme und so, weil, wie gesagt, es ist offen. Ich will keinen Sonnenbrand kriegen. Ich hatte schon einen Tag einen Sonnenbrand. Einen ganz leichten allerdings nur. Also, ein bisschen hier im Nacken. Ähm, habe ich dann abends nur gesehen. Es tat nicht weh oder so. Ich habe es einfach gesehen. Und am nächsten Morgen war nichts mehr zu sehen. Also, nichts Wildes. Aber, ähm, ich creme mich lieber ein. Nehme mir auch Sonnencreme mit. Und, und, dann sollte das laufen. Also, ich hoffe. Ach so, genau. Auf meinem Ticket steht drauf, keine Kameras. Das stand bis jetzt immer drauf. Und es hatten trotzdem immer tausend Leute eine Kameras bei WrestleMania dabei, ne? Also, ich hatte sie immer halt zur Vorsicht zu Hause gelassen. Jetzt allerdings, ähm, werde ich versuchen, sie mitzunehmen. Meine Mutter wird nämlich erst mitkommen und, äh, sich, sag ich mal, mit anstellen. Falls ich die Kamera nicht mit reinnehmen darf und sie gesehen wird, dann, äh, gebe ich meine Mutter die. Und gut, ist, ob ich versuche, die Kamera mit reinzunehmen, weil es fände ich es ganz cool, mal hier so ein paar Aufnahmen davon zu zeigen. So ein paar Eindrücke. Ähm, weil mit Handy ist ja so ein bisschen doof, da habe ich nicht so viel Speicherplatz. Und, ja. Ich versuche es. Ich habe hier so eine Tasche. Hier vorne in diese Tasche hier möchte ich die Kamera nun reinstecken mit meinem Handy zusammen. Normalerweise gucken die, also immer, wenn bei mir bisher was geguckt wurde, gucken die nur so in diese Haupttasche rein. Und das wäre ja okay. Also, ich schaue mal. Ich, ihr werdet es gleich, also, in den nächsten paar Minuten ja in diesem Video sehen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Und ich versuche mein Bestes. So, es ist soweit. Äh, es geht los. Die Gates sind, glaube ich, schon jetzt, äh, bald eine Stunde offen. Und, ja. Ich bin ready, habe mein T-Shirt an. Und, ähm, werde schon beobachtet. Ja. Und jetzt geht es los zu Wrestlemania. Ich freue mich und ich hoffe, ich muss nicht ewig anstehen jetzt noch. Aber, ähm, ich denke mal nicht. Es wird schon... Und das Wetter, also es ist warm. Es scheint die Sonne, aber es ist vollkommen okay. Also, ja, ich denke mal nicht, dass ich einen Sonnenstich bekomme. Mal schauen. Ist er, äh, jemand kann immer take all das? Ja, okay. Ja, okay. Ich bin, 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 ich bin Hallo, heute ist der Tag nach Wrestlemania, also Montag. Ich konnte die Kamera nicht mit, also das heißt, ich konnte sie nicht mitnehmen, meine Mutter kam gar nicht mit ran, weil es war einfach so voll. Und da habe ich gedacht, lasse ich die Kamera da, was auch ganz gut war, weil ich sogar meine Handtasche wegwerfen musste. Ja, meine Handtasche liegt jetzt irgendwo in Amerika im Müll. Ich musste alles in einer durchsichtigen Plastiktüte tun. Ja, aber es war wenigstens keine besondere Handtasche, also ich konnte es verkraften. Ja, dann war ich bei Wrestlemania, das war super gut. Ich werde euch versuchen, hier, also entweder habe ich es euch schon eingeblendet oder ich blende es euch jetzt gleich an, ein bisschen was vom Handy zu zeigen. Je nachdem, wie es klappt, ob ich, ja, ich habe manchmal Probleme mit iTunes und so. Wir werden sehen. Und ja, dann werde ich euch das kurz einblenden, damit ihr wenigstens ein bisschen Einblicke bekommt. An sich war es von meinen Wrestlemania und das schlechteste Wrestlemania. Ja, kann ich das so sagen? Ja, also auf jeden Fall das Letzte, wo ich war, das war für mich der Hammer. Ist natürlich für jeden anders. Für mich war es halt auch cool, weil da Seth Rollins den Titel gewonnen hat. Jetzt hat Seth Rollins auch gewonnen, aber... Ja, es war auch irgendwie niemand Besonderes da wie Hulk Hogan oder so, deswegen fand ich es ein bisschen schade. Allerdings, für alle, die es vielleicht kennen, war das Besondere an diesem Abend, dass die Hardy-Brüder wiedergekommen sind und ich ein riesen Jeff Hardy-Fan bin. Und ich mir das schon fast gedacht habe, weil ich im Moment sehr viel über die gelesen habe und auch schon vor ein paar Monaten mal gelesen habe, dass die sich vorstellen könnten, zurückzukommen. Da dachte ich mir, das könnte gut hinhauen und da sind alle Leute sowas von ausgerastet. Es war richtig, richtig cool. Ja, ansonsten war, glaube ich, nichts mega Spannendes, was ich erzählen müsste. Es war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis, wie immer. Also immer da zu sein lohnt sich immer, egal wie die Matches sind, es ist immer cool. Ich hatte nette Leute bei mir und ja, es war echt cool. Und heute ist ein neuer Tag. Jetzt fahren wir in Richtung Miami und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Und heute ist ein neuer Tag. So, wir sind jetzt in Miami angekommen und sind am Bayside Marketplace. Das ist ganz cool, das ist am Wasser, da sind ganz viele Läden und es gibt leckeres Essen und da sind wir eigentlich immer. Und ich denke mal, wir trinken gleich ein Smoothie oder Margarita oder was auch immer es da immer gibt. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit, zeige euch ein paar Eindrücke. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.